Kannst du Tee aufbrühen, Hans? Ja, gewiss kann ich, Alice. Gibt es Wasser in dieser Teekanne? Ja, es gibt. Wo ist der Teeliebling? Er ist dort, hinter der Kanne für den Aufguss. Kannst du sie nicht finden? Ich kann die Teekanne finden, aber ich kann den Tee nicht finden. Hier ist er, vor dir. Oh ja, jetzt sehe ich ihn. Wo sind die Teetassen? In der Anrichte sind einige. Kannst du sie finden? Ja, hier sind sie. Schneller, Hans, das Wasser kocht schon.